Köln-Finale der U23, der Männer. Noch zwei Runden sind zu Fahnden, 500 Meter. Langsam positionieren sich die Favoriten. Niederlande-Legang-Pohl in Führung. Aber, schauen Sie mal, im grünen Trikot der Straßenhose kommt jetzt Hendrik Hackmann auf. Geben mal oben über die blaue Linie. Wo, durchs Gebier, du musst sie durch den linken Weg suchen, weil unten alles dicht ist. Und jetzt geht sie auf die Ziellinie zu. Und die 60 gewinnt das Ding.